Einen wunderschönen guten Tag, meine herzuliebsten Neuespräßchen. Ja, was ist denn das? Das kennt ja doch, aus einem Videocampans und meine Katze schreit im Hintergrund. Ja, Diabolo 3, denn mein WoW-Abo ist zurzeit ausgelaufen. Und, ähm, ja, jetzt war ich im Überlegen, was ich denn heute Abend dann so streame. Und dachte mir, da ich in der neuen Season noch gar keinen Helden habe, machen wir das mal im Stream. Und seit gestern, also dem 15., ja, ich meine schon, als ich auf der RPC war, habe ich vom lieben Tobias nachträglich zum Geburtstag die Collectors Edition noch bekommen. Ja, und jetzt habe ich auch hier diesen tollen Knochenhund, die Gräte. Leider nicht die Flügel aus der normalen Collectors Edition, aber egal, ich freue mich trotzdem riesig, weil ich jetzt auch endlich die Collectors Edition im Regal stehen habe. So, und für alle, die sehen wollen, was dieser wunderschöne Monk hier so treiben wird, die sollten um 19 Uhr auf Twitch einschalten. Und, ja, ich würde sagen, bis heute Abend, macht's gut!